weil du so klein bist ja du bist halt zu groß ich weiß ja zu groß dann sitzt du noch ein bisschen näher dran normalerweise müsstest du an der band sitzen und würdest gleich noch sehen schon wieder alter zieh dir was an du hast kein t-shirt an weiter du hast kein t-shirt an mann du hast ein t-shirt an der erste mal der hier nicht zum wixen ist oder ein mikrofon das ist ja der hammer grüß dich wie geht es mir geht zu machen soll ich noch ein bisschen cola am trinken und so was machst du hier so wenn ich mal fragen was machst du auf videochat.de das muss ich einfach mal wissen keine ahnung wir auch nicht genau so reine weile ok ja obwohl ich nur in der strecke ok erwartest du hier irgendwelche leute zu sehen oder so also aber keine schwänze bitte oder nein 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 ich habe mal eine frau hier getroffen wenn ich fragen darf wir machen das erst seit zwei minuten wir müssen das wissen wir kennen uns hier nicht aus du bist der erste der ein t-shirt an hat oder am mikrofon hat das ist das echter wahnsinn ja was die games kommen von den von der fahrer zackst du so wenn ich fragen kann was sagst du denn so kommt hier wird wieder mal plus davon hängt hier ja siehst du hoffentlich ist nur stiege verkehrt ich habe nur das 3er zu holen ok pc oder konsole und so weiter nicht so meine welt xbox oder ps 3 3 3 3 3 noch ok ja besser advanced warfare scheiße ja oder nein scheiße ich habe es ja selber nicht ja zieh dir was an alter was ist denn da los ich habe den gar nicht gesehen können sich alle keine t-shirts leisten aber er hat ja ein t-shirt gehabt frauen glaub ich ja gar nicht was ist denn da los wir sind sorry damit ihr uns versteht wir sehen hier nur nackte typen das ist grauenhaft das ist einfach nur grauenhaft das sind aber frauen hier ist dann nicht was macht ihr hier wollt ihr schwänze sehen ja sicher auf jeden fall aber aber warum ist man um die uhrzahlen um videochats.de um die uhrzahlen nein es war für eine lange weile ja das haben wir auch das ist eine ausrede das sagen wir auch mal ja das wohl auch wart ihr auf der gamescom oder seid ihr überhaupt zocker die waren auf dem video day nicht auf dem ja das kannst du auch nicht auch nicht auch nicht guckt ja guck dir kein youtube oder was ich wollte auf dem video day ja weiß nicht ungesehen oder so oder dena anflirten nee wie dena ja den kenne ich der ist das von mir aus auch bibis beauty palace keine ahnung was tut man als frau denn so wie bist du siehst du da gibt einen daumen nach oben jetzt wo melina sich als lesbisch geoutet hat habt ihr da hoffnung da vielleicht ranzukommen live mit melina also wie heißt denn das mal melina ne ja ja die ist ja jetzt lesbisch jetzt hat man ja so als girl eigentlich eine chance wir kerle ja leider nicht mehr lieber so gucken lieber so gucken guckt ihr so schminktüttungen jetzt und sowas hat man sich da früher lieber die mutter gefragt wie man sie schminkt warum macht man das heute auf youtube keine ahnung ich meine ihr seid doch freundlich bestimmt oder wenn man geld dafür kriegt ne ja aber du kriegst das geld ja nicht dafür wie finden die youtuber dafür ja bin ich ja auf dem kacke ne ich finde die kriegen auch ein viel geld in den aufgefunden ja so viel geld ist das gar nicht wie viel ist das nun ja was denkst du denn so was man pro klick kriegt jetzt wo adblock und sowas draus ich sag mal so 10.000 klicks wird man damit reich? nein hm jetzt hab ich gegen meinen linkenvertrag verflucht ich wusste das nicht recht dann müssen wir leider schneiden das tut mir leid ok ja kein problem ja wir gucken jetzt so als liebste sag doch mal haben die jetzt weggemacht weil ich aufgestanden bin oder was? alter coole brille alter warum hat dein kollege kein hemd an? was ist da los bei euch? was ist da los? kaufst du deinen kollegen gleich ein oder? kaufst du dir her warum haben die alle kein mikrofon? ich glaub er hört uns nämlich nicht das ist traurig ne, ne, ne Ja, das ist traurig. Was ist denn da los? Nachts um zwei Uhr hängt ein Kollege einen halben Meter hinter dir in Boxershorts. Wenn es nicht aus einer leicht schwule Handlung ist. Ne, also... Da hilft auch die Brille nicht. Du siehst das doch. Dreh dich mal um. Das muss dich doch auch schockieren. Der hat sich gar nicht vor uns erschrocken, weißt du? Wenn wir jetzt live eine Vergewaltigung zu sehen kriegen, dann müssen wir die Polizei informieren. Minus zwei. Aber es war, dass es jetzt anstrengend ist, die Uhrzeit. Willst du nicht die 1.00 Uhr nehmen für die Polizei? Da muss einfach die Feuerwehr kommen, du musst den Typen erstmal da löschen, das ist zu hot. Ja, ja. Weißt du? Das wird sein. Aber könnt ihr euch kein Mikrofon leisten? Oder... Okay, er hat kein T-Shirt. Also, erstmal ein T-Shirt kaufen, dann ein Mikrofon. Aber... Da du gelacht hast? Braucht er denn, dass er sich ein T-Shirt anzieht? Oder... Braucht er euch warten? Der kommt gleich nackt wieder. Nee, irre. Angenehm, aber... Warum nicht gleich so? Sie ist ja, ein Mikrofon haben sie auch, weißt du? Sie schämen sich nur dafür. Das ist es halt, weißt du? Ja, ja. Ihr müsst euren Pegel mal ein bisschen höher stellen, dann versteht man euch auch. Weil an ist es ja. Aber danke für eure Show. YouTube, ne? Das ist ja auch nur Wichs, das sehe ich. Haben wir doch schon hinter uns. Kann man den schon, ne? Ja, den kann man doch schon. Morgen, Abend... Also entweder er ist ASV-Fan oder... Griechen. Er hat eine sehr kreative Frau. Was ist los? Bitte? Spreche. Ja, ja. Spreche. Schlag mal durch den Monitor. Er hat Schläge gesagt. Schläge? Oh, Internet Rambo. Recht? Internet Rambo, hm? Oh, ja. Ja, ja. Das erste Wort war Schläge von Ihnen. Wir sind die Rambos. Ja. Kooperativ mit YouTubers, hm? Das hieß, das geht ja nicht aus. Du auch. Du auch, ja. Kreative Wand. Ich bin nicht gefährlich. Ich bin Österreicher. Ja, na dann, ja. Ah, okay, Österreicher, okay. Ich dachte schon, äh... Da war nur einer gefährlich. Ja, aber den gibt's nicht mehr. Ich habe ein bisschen spät gecheckt gehabt, ey.